Saut! Shit! Was hast du mir geschenkt? Selbst du... Oh! Wie lieb von dir! Oha, ich jetzt? Warum? Du bist Level 6? Alles klar! Welche Level bist du? Ich? Ich bin Level 2! Was ist das sein? Was ist das? Nix! Das war nur Akku-Kaffee-Tau. Oh, ich kann mich VIP machen! Guck! Ich mach hier! Soll ich mich VIP machen? Ja, mach! Nein, das kostet Geld! 70 Euro für ein Jahr VIP! Hä? Ja! Hä, warte mal! Ich will, ich will... Ich kann machen! Warte! Ich will dir ein Autokamme geben! Guck! Ich will dir ein Autokamme geben! Da ist jetzt ein bisschen Fame! Und Fame bedeutet, wenn du immer Autokamme bekommst, wird das dir immer voller! Darum kann ich mein Herz geben! Ich! Dir! Ja! Nein, ich kann dir kein Herz geben! Nur einmal! Nur einmal! Warte! Ich bin jetzt bei dir zu Hause! Oh, oh! Shit! Ich will noch einen Basen-Nanny bekommen! Oh, wow! Ich will noch einen Basen-Nanny bekommen! Wie ist das denn? Ich gucke mal! Uh-oh! 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 Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! Was soll ich machen? Jetzt kann ich mich verstecken! Guck mal, ich bin unsichtbar! Kannst du mir mal was schenken? Ich bald. Ich bin ja noch nicht Level 6. Guck mal, ich bin unsichtbar. Ja, weiß ich. Ich bin unsichtbar. Schenk mir doch süße Smilies anstatt... Hey. Tschüss. Welcome. Warte mal. Das ist so kalt. Spiele. Schrei machen, das geht nicht. Diese Dinge kann man nicht. Das kann man nicht. Du kannst nicht diese Smilies machen. Welche? Ja. Wie mit die Hand. Ja. Warum? Warum denn? Lass mich kurz. Na. Du kannst die nicht machen, weil die vom Handy aus sind. Du kannst die nur von MSP, die Smilies. Nicht von dir. Lisa, nimm das hier. Was machst du? Was hab ich geschrieben? Du hast gar nichts geschrieben. Ich kann gar nichts schreiben. Ich weiß. Warum? Weil du das halt nicht kannst. Weißt du wieso? Du kannst das nicht, weil das vom Handy aus sind. Du kannst nur die Smilies von Dingens nehmen. von MSP. Von MSP. Guck doch. Warte. Tschüss. Ich geh. Arkan, ich bin unsichtbar geworden. Nein, nein. Du bist weg. Ich bin weg. Ja. Was können wir denn jetzt spielen? Du hast ganz halt YouTube eben gemacht. Scheiße. Ich will sie nichts aufnehmen. Ich nehm nichts auf. Warum? Warum denn? Wegen gar nichts. Alles klar. Ich will einfach nicht. Soll ich keine Lust haben? Ich muss Schmor rauf nehmen. Nein. Ich kann...